Ja, dann begrüß mal. Moin. Hallo. Jo, hi. Ja, ich muss jetzt erstmal weg. Warte mal los, griff uns ins Problem. Die letzte Chance zu gucken? Gut, stimmt. Ja, bloß Tigerpanzer, der muss erstmal weg. Warte. Mach das. Oh, ich fahr jetzt einfach los. Cool, ich kann Karol mit mir selbst fahren, wenn niemand mitkommt. Wir sind doch schon auf dem Weg. Okay. Also jetzt Parkverbot, wa? Alles klar. Oh mein, ich gewinn's mir niemals an. Was gewinnst du den hier an? Die nur dann wegzulassen. Okay. Schreib immer 700, 900, 1000. War gar nicht knapp. LKW ist zu hell hier dann auf einmal. Oh, wow. Der wollte da fahren, Johnen. Das. Das. Opa, Opa, Opa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat's bei euch gekracht? Nö. Wer hat mit dem Christbaum da hinten dran? Der fällt hinter mir mit dem Christbaum. Mit dem Weihnachtsbaum. Okay, hier stoppt schon. Und zwar nicht nur ein bisschen. Jetzt fahr ich einfach mit dem Grand Blinker. Achso, deswegen. Russki! Russki! Den Haar passt noch zwischen. Go, go, go! Und immer in! Schickimicki hier! Schickimicki hier! Ich warte auf jemanden. Ich bin einfach gestorben. Oh, hier gerade mit 4 kmh. Habt ihr gesagt Stau oder nicht? No, go, 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 go! No, go, 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 go! I'm not, I'm not going to go in. Go, 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 go! I'm waiting here on the house. Also, jetzt sieht gerade so aus, dass ich sehe, dass hier alle so gerade ein bisschen steht hier alle. Seid ihr alle hinter mir oder eher nicht? Ja, ich war mit Absicht klar und damit ich mich überhole. Da kam grad ne Menge entgegen im Prinzip, wa, so wird das auch sagen. Na, überhole doch. Überhole doch, was von der anderen Seite kommt. Ach komm, gib Gas, da kommt was. So nackt Frosch. Wie komm ich auf nackt Frosch? Ja, das rängt meistens erst da hinten an. Ja. Und hier ist schon wieder dein nächste Warnblinker. Ja, das rängt meistens erst da hinten an. Ja. 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 Ja, guck doch mal was hier passiert ist, okay, der hat sich abschlucken lassen. Ja. 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 Dann rauche ich vollziehen. Cool, wie viel Prozent? Eins Prozent für allen Dingen Eins Wie viel Prozent eins Ein Prozent, weiß doch Moin moin Ein Dutscher Servus Ist der Jürgen hier? Wer ist denn Jürgen? Ja, der ist hier Kann er auch mal antworten? Genau, sieht mich Ich bin da, ja Ich werde nachher mal euer TeamSpeak updaten auf 3.0.13.5 sind heute neue TeamSpeak-Vision rausgekommen Ja Nur, dass du dann Bescheid weißt, falls das heute mal down ist, okay? Ja, natürlich Ja, alles gut, ich muss halt mal eh essen Ich mache das so ab 20 Uhr, 19 Uhr, keine Ahnung Davon mache ich halt nochmal ein schönes Update hier, weißt du Dass ich eure ganzen Sachen hier drauf habe Zum Beispiel das Speichern hier Dass ich das hier gleich alles wieder aufsetze Weil Updaten muss man ja alles wieder vom Server löschen Weißt du? Ich jetzt direkt alles Halt nur Alter Genau, was mache ich denn jetzt gerade? Hehehe Dass ich das schon mal hier bereit habe Dass ich dann das alles machen kann So So Ja, dann geht die kurz auf meinen Server Ja Dann geht die kurz auf meinen Server Warte Bis jetzt geht das noch Oh Du hättest schon unter der Autobahn durch Du hättest schon unter der Autobahn durch? Äh, gleich Cool In minimalen Sekunden So, ich muss das essen Wie glückt ihr? Wie glückt ihr? In der Richtung Autobahn Wir fahren jetzt über die Autobahn rüber Ey, Willi Du bleib schön stehen Okay Er ist hier gerade neben der Arm Und hab da die 180 drin Ja Wir müssen erst bei Calais auf die Autobahn da Ja Ganz halt geradeaus Dann kommt Ähm Ende Das ist die Autobahn Da muss man hoch Nee, wir fahren ja jetzt erst mal rechts Und dann kommt erst der Stau Wenn er da ist Seid ihr schon da unter der Autobahn durch? Äh, bei der ersten Abfahrt, ja Oder weißt du noch unter der Autobahn durch? Glaub ich, wir sind jetzt an der einen Kurve Wo du rechts sanken musst Über die Brücke Achso, da war zwei Und jetzt hab ich hier so einen komischen 90 kmh Tiago von mir Der nicht weiß, wo es krass ist Jetzt an Scania und roten Hänger Aber weiß nicht, was krass ist Dann kannst du mal links Wo die Bremse aufbauen Naja Absolut, ich seh's nicht ein. Absolut! Leck mich fett! Weißt du, immer... Ein Crash! Seh ich nicht ein! Ich mach's Ding noch im Acker! Der steht völlig quer auf der Straße. Als hätte der nach vorne mal sich da weggebrochen. Alter Schwede! Wegen so'n Längenschwein bin ich ausgerechnet und bin vorhin hereingerast. Ich hab' noch zwei hier vor dir. Zwei sind hier oben dazwischen. Ich fahr' erst von den 50 weiter, bis ihr wieder da seid. Ich bin grad zwei hier vor mir. Ich bin eigentlich hinter euch. Ja, dann brems' ich so weit ab, bis wir überholen müssen. Ach, lass' die doch vor, lass' die doch dazwischen. Wollen wir denn eh? Wollen wir den? Ich bin ja auch schon mal in der Kalle. Ich bin ja auch schon mal in der Kalle. Wenn ich sie immer in seiner Kalle, dann müsste es in der Garage haben. Und dann kommt in den Hof black rein. Ich bin egal mit der Kakille. Sie kennen mich schon gar subir. Es ist einнокskatz mehr. Und das jetzt jährte dann, ich dauere es mal ja keiner mehr. Na ey, stopp, ich hab halt jonten, sondern da hab ich es hier zum Beispiel überholen zu zweispurig. Weil sich die Tankstelle vollstaut. Jetzt da schon wieder der 90 km H-Tipp vor uns. Und wir hatten vorher noch einen Crash. Der Auto war, äh, Tankstelle ist wirklich lange, oder? Der leckt schon wieder so, ich warte so lange links, bis was kommt. Dem verirrt. Was blinkst du nach rechts? Lässt du mir nix an? Lässt du uns überholen? Ich hört ja überholen, aber ich hab' kein Woll hinter mir. Alter Schwede! Hab' ich mich erschrocken. Tja! Die Autophilie ist ja auch wegen dem Kackhaufen. Wie schon schau kurz über die Autobahn? Bis jetzt sind wir noch eigentlich schon gut unterwegs, bis jetzt. Alles klar! Unterbundenpflege! Wir sind jetzt bei der zweiten Brücke rund, weil da so komisch auf Lustdings da dumms ist. Der macht hier Warnblinker an, okay, der fällt immer auf der anderen Spur. Wie gesagt, steht der in Rotor einmal ein. Ich hab keinen neuen Spur. Jetzt hört der in Rotor einmal an. Der geht auf der anderen Seite. Der geht auf der anderen Seite. Ich hab alles in Montag und ich hab alles in den Rotor wieder gehen. Da wird kein Jungs, der kommt auf der anderen Seite. Und dann will er noch reporten, denn er glaubt das nicht. Ihr bestehst am Rand. Ihr habt halt Aura am LKW. Okay, ich hab ihn jetzt grad überholt. Ich würde gern 80 weiterfahren. Ohne Störungen. Thiago. Wer stopft mich an? Seid ihr? Nein. Frag mich einfach. Dein Mund. Wir sind gleich. In der Nähe Kalee. Komm nach Kalee, wenn du mitfahren willst. Was? Okay. Provisiere. Probiere. Provisiere. Ach, keine Ahnung. Lars spielt ETS. Der Pferde ohne 80. Erkennst du, der Storz ist. Er wollte nicht losfahren, dann hat er festgehalten. Die Pferde ohne 79. Der Pferde ohne 80. Der Pferde ohne 80. Der Pferde ohne 80. Der Pferde ohne 80. Warum habe ich hier nichts gehabt? Wieso bremst man in so einer komischen Kurve hier ab? Mach mal Gas? Hallo? Was so ist? Wir sind keine 20 kmh, ach so ein Schrank ist zu. Leider ist die Schamme zu mir, ja. Stau war hier gar nichts großartig gewesen. Aber es ist ein bisschen stoffender Verkehr mehr, war nicht. Wir machen mal Kisten aus. Sprit sparen kann man immer. Da seid ihr gerade bei der Schranke oder was? Äh, ne Schranke. Das war nicht so ein Treffer. Ich weiß nicht wie gesagt, wenn bei euch so ist. Das ist ja unterschiedlich. Bei mir ist Zug. Bei mir fährt gerade der Zug durch. Okay, hier ist eh Stau. Ja wie gesagt. Okay, hier fängt der Stau an. Wir können so locker alle überholen. Komm, das machen wir auch. Jetzt fahren sie weiter, jetzt werde ich angesetzt. Okay, hier fängt der Stau an. Okay, hier fängt der Stau an. Okay, wie sicher. Okay, hier fängt von Leer. Okay, hier geht dem Lektus. Oh, komm. Ich bin so locker. Ich bin so locker bei der Stau. Komm, ich bin so locker. Oh, wie die Pettigkaramelle rein? Alter, der kriegt jetzt Idiot Der fängt mir wieder rein Alter Was ist denn da los? Achso, kann man jetzt fahren oder was? Ja, was ist denn noch nicht? Ist ja nicht was die da machen Ja Es ist eigentlich gar kein Stau diesmal Ich kann mich nicht orientieren Ich kann mich nicht orientieren Ich kann mich nicht orientieren Ich kann mich nicht orientieren